Weiter wieder willkommen beim Revenue-Magazin und Six Flags America. Willkommen zu einem neuen Parkcheck, der uns fast in das Zentrum der Weltmacht bringt. Six Flags America. Der zehnte Six Flags Park der Kette befindet sich in den USA in Maryland, dort in der Nähe von Upper Marlborough in Woodmore. Und das alles ist circa eine halbe Stunde mit dem Auto von Washington DC entfernt. Ja, genau das mit dem Weißen Haus und so. Aus diesem Grund ist dies hier auch Six Flags America. Die Geschichte des Parks ist zwar nicht so alt wie die von Washington, aber dennoch nicht weniger belebt. Kurz zusammengefasst eröffnete das Gelände 1974 als Largo Wildlife Preserve, welches von Ross Perot vom TV-Sender ABC als Drive-Thru-Safari bis 1978 betrieben wurde. Von 78 bis 81 war es dann Wild Country, von 82 bis 93 Wild World und von 94 bis 98 Adventure World. Dann übernahm die Gruppe Premier Parks das Gelände und daraus entstand dann ein weiterer Six Flags Park. Neben dem Amusement gibt es in Six Flags America auch einen inkludierten Wasserpark. Mit diversen Rutschen und Becken. Leider konnten wir Hurricane Harbor wegen maximaler Überfüllung nicht besuchen. Mehr dazu im Vlog. Hier haben wir uns auch die Stuntshow des Parks angeschaut, die aber wirklich nicht weiter erwähnenswert ist. Im Attraktionsangebot befinden sich auch gleich zwei Kinderbereiche. 2010 stampfte man Thomastown im Ganzen aus dem Boden, um nur ein Jahr später wieder die Lizenz zu verlieren und alle Rides wieder neuen Namen bekommen mussten. Auch der Bereich selbst heißt jetzt Whistle Stop Park. Neben dem Playground gibt es natürlich Züge, zum Beispiel Whistle Stop Train, der ein flotter Family Train Ride ist. Nicht so groß und nicht so schnell ist Happy Junction. Beim Convoy Trucks Ride sind die Chasen natürlich keine Trucks, sondern kleine Lokomotiven. Ein weiterer Ride à la ÖPNV ist Whistle Stop Bus Line. Nur fährt man mit dem Crazy Bus von Zamperla nicht durch die Gegend, sondern hat an Ort und Stelle Airtime. Wer Menschen nicht so mag, kann auch ein eher alternatives Fortbewegungsmittel wählen. In den Mini Flight Helis von IE Park geht es durch die Lüfte. Wer noch höher will als mit Whistle Stop Whirlybirds, kann zum Family Drop Tower Skyjumper. Und wie die Thematisierung es schon erahnen lässt, hatte das Gerät zu Thomastown-Zeiten auch einen coolen Namen, und zwar Cranky the Crane Tower. Der zweite Kinderbereich ist auch gut gefüllt, nur nicht mehr so frisch. In Looney Tunes Movie Town gibt es auch einen Coaster, zu dem wir später kommen. Hier steht seit 1993 das Family Size Ferris Wheel Up, Up and Away, welches von Zamperla geliefert wurde. Ebenfalls 1993 lieferte Zamperla auch gleich noch den Kiddy Balloon Flight, Elmas Around the World in 80 Seconds. Und da aller guten Dinge gleich drei sind, lieferte Zamperla 1993 auch noch den Kiddy Train Ride, Foghorn-Laghorn's Tinsel Town Train. 1999 ging es dann weiter in der Looney Tunes Movie Town, mit der Kiddy Softplay Arena, Looney Tunes Prop Warehouse. Der Kiddy Teacup Ride kam dann natürlich wieder von Zamperla und heißt Paper Lepoos Tea Party. Sylvester's Pounce and Bounce ist der Name des 1999er Kiddy Drop Towers. Und im selben Jahr kam auch der Kiddy Swing Ride Taz's Film Works. Zum Schluss gab es 1999 noch den Kiddy Airplane Rides Yosemite Sam's Hollywood Flight School. Aber auch gemeinsam kommt die ganze Familie auf ihre Kosten, wie zum Beispiel beim Carousel aus dem Jahr 1983 von International Amusement. Ein Jahr zuvor gab es Pirates Flight. Die freischwingenden Gondeln in Minibötchen-Optik sind ein Intermin Flying Dutchman. Das Ganze hat auch ein wenig Ähnlichkeit mit dem Flying Scooter, der hier 2014 von Lerone International geliefert wurde und French Quarter Flyers heißt. Noch eine weitere Abwandlung eines freischwingenden Karussells sind Wellenflieger. Hier lieferte 1995 Zamperla das Flying Carousel. Und das Ganze noch in groß gibt es seit 2017 beim Funtime Star Flyer. Wonder Woman Lasso of Truth ist ca. 73 Meter hoch und damit die höchste Attraktion im Six Flags America. Bodennahen Fahrspaß für Jung und Alt bietet Cyclone. Der Eli Bridge Scrammler ist aus dem Jahr 1993 und wurde schon diverse Male umgesetzt innerhalb des Parks. Auch nach 1993 kam Sidego Singer, der seit 2014 zum Mardi Gras-Bereich gehört. Der Falling Star ist von Chance Rides und vergleichbar mit einem langsamen fliegenden Teppich. Von Zamperla kamen zwei Jahre später 1995 die Teacups. Und wenn wir schon beim Drehen sind, kann auch mehr Thrill rein. So gibt es seit 1999 Rodeo. Der Hus Breakdance besitzt nur Kuhgondeln. Wer nur normal rumfahren will, kann dies zum Beispiel seit 1983 in Cato Railways Train Ride von General Electric. Die 914 Meter Spurweite hieß zu Anfang noch Wild World Railroad. Dann war der Zug nur für Picknick-Kunden des Parks und danach seit 2009 ist der Rundkurs für jedermann geöffnet. Natürlich gibt es hier auch Bumpercars. Der untypische Name der Preston-Anlage von 1990 ist Coyote Creek Crazy Cars. Früher hieß die unschöne Bahn noch Los Coches Chocos. Frei mit kleinen Karts fahren geht seit 1996 auch bei Big Easy Speedway. Die Go-Kart-Bahn von J&J Amusements ist aber eine Upcharge-Attraktion. Extra zu bezahlen ist auch wie immer der Skycoaster. Die 2001er Anlage ist natürlich von Skycoaster Inc. Wer es hoch mag, geht dann natürlich auch gerne auf einen Giant Drop Tower. Nur ist Voodoo Drop gar nicht so giant. Gerade einmal 41 Meter ist der Intermin-Turm aus 1996 hoch. Von 1996 bis 2014 hieß dieser auch noch Tower of Doom. Intermin lieferte aber bereits 1984 eine Attraktion in diesem Park. High Seas ist eine klassische Schiffschaukel bzw. ein Swinging Ship. Noch etwas älter ist der Roundup von 1983, der von Frank Rubitz & Company geliefert wurde. Natürlich steht Riddle Me This in Gotham City. Der letzte Flat Ride ist auch nur kreisrund. 2015 lieferte Larson noch einen Giant Loop für Six Flags America. Hier heißt die in Mardi Gras stehende Anlage Bourbon Street Fireball. Außerdem braucht so ein Freizeitpark auch noch Wasserbahnen. Kurz und kompakt, aber auch nicht weniger beeindruckend sind da die Shoot-a-Cutes. Seit 1993 macht Shipwreck Falls bereits die Leute im Boot nass, aber lässt die Gäste in der Soak-Zone auch nicht aus. Gebaut wurde die Anlage von Hopkins Rides. Zwei Jahre später hat 1995 Hopkins Rides auch Renegade Rapids geliefert. Und so wie der Name es schon erahnen lässt, handelt es sich um eine Rafting-Anlage. Leider wie so oft von außen kaum einzusehen. 2003 zog dann auch noch ein Spinning Rapids nach Six Flags America. Die großen runden Schlauchboote, die den Wasserkanal runtergleiten, kommen von Wild Water West. Thema und Name ist hier bei Penguins Blizzard River. Natürlich gibt es in Six Flags America auch reichlich Achterbahnen. Und wie in jedem Six Flags Park darf der Standard-Zamperla STD 80 nicht fehlen. Die 80 Meter lange und 4 Meter hohe Achterbahn heißt Great Chase und steht hier seit 1999. Eine weitere Standard-Achterbahn von Zamperla steht hier mit Raging Kijun. Mit 13 Metern Höhe und 420 Metern Länge ist die Drehmaus aber auch eine Ecke größer. Eröffnet hat der Twisted Coaster 2014. Stand aber vorher von 2004 bis 2013 im Six Flags Great America. Und wenn wir schon bei Standard-Coastern von der Stange sind, darf in einem Six Flags Park was nicht fehlen? Richtig, ein Vekomer SLC. Mind Eraser steht hier seit 1995, wurde 2005 von türkisrot auf gelb-orange umgestrichen. 2017 gab es den tollkühnen Versuch, diese Bahn mit VR-Brillen zu betreiben. Scheinbar kein durchschlagender Erfolg. 2001 gab es eine weitere Achterbahn aus dem Hause Vekomer. Batwing ist ein Flying Dutchman mit 1018 Metern Strecke. Die gut 35 Meter Höhe bringen die drei Züge auf bis zu 80,5 kmh. Leider wurde bei unserem Besuch die Doppelladestation nicht genutzt. Sonst wären bis zu 1430 Personen pro Stunde möglich. Die Batman-Achterbahn hat fünf Inversionen sowie mehrere Light-to-Fly- bzw. Flight-to-Lie-Elemente. Die Fahrt auf dem Flying Coaster ist jetzt keine Katastrophe wie ein SLC, aber auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Batwing steht am letzten Zipfel des Parks. Davor baut sich aber sehr imposant ein Intermin-Mega-Coaster auf. Superman Ride of Steel ist 60 Meter hoch und droppt 62,5 Meter in die Tiefe. Auch hier hat man 2016 die 117,5 kmh schnelle Achterbahn mit VR-Brillen ausgestattet. Zum Glück war auch hier nach einer Saison wieder Schluss mit dem Unsinn. Richtig unsinnig ist aber das 1630 Meter lange Layout. Es ist die gespiegelte Version der Bahn aus Darien Lake, nur ist halt beim Original das Layout dem Gelände angepasst. Superman steht auf einer freien Wiese. Und so eine gigantische, lange und langweilige Helix ist nicht das Schlimmste. Es geht lange, sehr lange, schnurgerade aus, ohne Hügel oder sonstiges. Sieht man aber leider alles vom Park aus nicht. Eine weitere Comic-Figur mit Achterbahn im Park ist der Joker. 1999 kam Jokers Jinx nach Six Flags. Der Limb-Launch-Coaster wurde von Premier Rides gebaut und ist wie Flight of Fear bei Cedar Fair, nur ohne Halle drum. Wäre bei der rostigen Schiene aber vielleicht besser. Mit knapp 97 kmh wird einer der zwei Züge aus der Station in das 24 Meter hohe Schienenknoll geschossen. Auf 824 Metern folgen dann neben normaler Achterbahnstrecke auch Cobra Roll, Sidewinder und Corkscrew als Inversion. 2002 wurden die Schulterbügel durch Lab-Bars ersetzt. An sich ist Jokers Jinx aber eine ganz nette Bahn. Eine weitere Bahn, die ihre beste Zeit hinter sich hat, ist Apocalypse. Ab der Saison 2019 wird es den B&M Stand-Up-Coaster nicht mehr geben. Die Züge zum Stehen werden durch Flawless-Züge ersetzt und die Bahn umgestaltet zu Firebird. Das war es dann mit dem Last Stand. Die Anlage war 1990 die allererste Achterbahn von B&M und stand als Iron Wolf in Six Flags Great America. War unter anderem 1994 auch noch Statist im Film Richie Rich und zog dann 2012 nach Six Flags America. Die Fahrt auf Apocalypse war jetzt zum Schluss auch alles andere als angenehm. Nicht für Zartbeseitete ist auch Raw. Die GCI Holzachterbahn aus dem Jahr 98 ist mit zwei PTC-Zügen auf der 1057 Meter langen Strecke unterwegs. Mit bis zu 81 kmh geht es aus 29 Metern runter in das harte Twisted-Layout, welches sogar einen 200 Feet langen Tunnel beinhaltet. So rough die Bahn auch ist, macht das wirklich lange Layout echt Spaß. Designed wurde Raw von Mike Budley. Nicht nur Great Coasters International greift auf Züge von PTC zurück. Auch eine weitere Holzachterbahn im Park nutzt diese. Wild One steht hier seit 1986. Die von John A. Miller designte Bahn stand als Giant Coaster von 1917 bis 1985 im Paragon Park. Die knapp 30 Meter hohe Bahn wurde dann von der DIN Corporation unter der Bauleitung von William Strickler umgesetzt. Wild One hat ein klassisches 1220 Meter langes Out-and-Back-Layout, welches mit bis zu 85 kmh durchfahren wird. Dabei quert man auch Reste der alten Wildwasserbahn. Das ist Real American Wooden Fun. Solltet ihr nun den Park besuchen wollen, erreicht man sein Ziel am entspanntesten mit dem Auto. Aber Six Flags America liegt auch verhältnismäßig zentral. Für die Öffnungszeiten empfiehlt sich die Park Homepage, da es diverse Off-Days und wechselnde Uhrzeiten gibt. Der Park selbst listet zum Übernachten zwei Partnerhotels auf seiner Seite. Auch beim Eintritt wird es ratsam, die Parkseite zu besuchen. An den Kassen vor Ort kostet der Tageseintritt 70 Dollar. Aktuell gibt es diesen online für 42 Dollar. Der Season Pass Gold kostet beim Kauf von mindestens vier Stück übrigens auch nur je 70 Dollar und gilt für alle Six Flags Parks der Gruppe. Das jeweils für eine Saison und inkludiert auch freies Parken. Dies kostet hier zum Beispiel je PKW und Tag 20 Dollar. Einzeln würde der Gold Pass 140 Dollar kosten. Auch da gibt es noch ein Angebot aktuell, bei dem zwei Goldpässe zusammen 100 Dollar kosten. Wie ihr seht, muss man für einen Six Flags Tag nicht viel Geld ausgeben. Das wäre ja auch hier nicht wert. Six Flags America bietet natürlich einige interessante Coaster und Attraktionen, aber auch nicht die Offenbarung. Außerdem ist der Park in einem grauenhaften Gesamtzustand. Operations sind a la Six Flags sowie Ausfälle und ähnliches. Die Rides haben auch alle erst nach und nach im Laufe des Tages aufgemacht. Bad Wing zum Beispiel erst nachmittags. Hier muss man mal ordentlich putzen und im Anschluss alles mal neu streichen und reparieren. Natürlich hatten wir Spaß und einen guten Tag. Aber wenn es darum geht, welchen Park man aus Zeitmangel auf einer größeren Tour weglassen soll, dann den hier. Six Flags America. You have a Six Flags Day. Setz dir, mit dem Setz dir, mit dem Platz. ист er wird ein Teil des Kasta, also das Erwanns des Kastels. oder? Ten Schmerz hat es dir gedacht. Das ist das Kastels. Das ist ein Teil des Kastels. Jetzt ist das Kastels. Dann werden Sie sich in der Kastelsche. Das ist das Kastelschmerz. Bis zum nächsten Mal.